Herzlich willkommen zu diesem Video über das MBS FileMaker Plugin. Mein Name ist Stefanie Juchmes von MonkeyBread Software. Das MBS FileMaker Plugin. Lassen Sie mich Ihnen ein Update geben. 2022 hat sich viel getan. Wenn Sie mehr erfahren möchten, finden Sie auf unserer Webseite einige Videos mit älteren Präsentationen. Das MBS FileMaker Plugin befindet sich seit 2006 in der Entwicklung. Das sind bereits 16 Jahre. Wenn das Plugin ein Kind wäre, würde es in Deutschland Bier trinken oder in den USA Auto fahren dürfen. Wir haben derzeit über 6800 Funktionen. Da sollte für jeden etwas dabei sein. Etwa 200 Funktionen sind 2022 hinzugekommen. Und wir fügen auch dieses Jahr für unsere Kunden weitere hinzu. Wir haben über 600 Beispieldatenbanken. Wenn Sie eine Woche Urlaub haben, können Sie alle ausprobieren. Aber meistens werden Sie sich ein Beispiel ansehen und ein Skript kopieren, um eine Aufgabe möglichst schnell zu erledigen. Das MBS Plugin wird als eine Plugin-Datei geliefert. Nur die verwendeten Teile werden auch geladen und sind aktiv, sodass wir einen geringen Speicherbedarf haben. Es ist einfach zu installieren und zu aktualisieren. Sie benötigen nur eine Datei, die Sie in den Erweiterungsordner kopieren. Sie können mit dem Skriptschritt Plugin-Datei installieren die Installation automatisieren. Wir haben eine Beispieldatenbank mit dem Namen Install Plugin Update, von der Sie bei Bedarf das Skript kopieren können. Wir unterstützen eine Vielzahl von FileMaker-Versionen. Von der alten Version 7 bis zur aktuellen 19.5 und der kommenden 19.6-Version. Klaris Pro und Server werden seit Version 12.5 unterstützt. Auf der FileMaker-Plattform unterstützen wir Klaris Pro und FileMaker Pro, Klaris Server und FileMaker Server. Sie können unser Plugin mit Perform-Skript und Server, mit Schedule-Skripts und mit WebDirect verwenden. Unter macOS, Windows und Linux. Für Linux sind wir stolz darauf, ein Plugin zu haben, das unter CentOS 7, Ubuntu 18 und der neueren Version 20 läuft. Die Data API wird seit FileMaker 19.3 unterstützt. Sie können das FileMaker iOS SDK verwenden, um Ihre eigene iOS-App zu erstellen und unsere iOS-Version des Plugins einzubinden. Unter Klaris Go und FileMaker Go kann das Plugin genutzt werden, indem Sie Ihr Skript auf dem Server ausführen. Mit der Voraussetzung, dass Sie das Plugin serverseitig installiert haben. Wir haben ein schönes Beispiel für Barcodes, das entweder den Barcode-Lokal mit dem Plugin erstellt oder diese Aufgabe über Perform-Skript und Server an den Server delegiert. Die Klaris Cloud 2 wird nicht unterstützt, da wir unser Plugin nicht auf dem Klaris Server installieren können. Sie können das Plugin trotzdem auf der Client-Seite verwenden oder Ihren Server bei einem anderen Cloud-Hosting-Dienst hosten und unser Plugin auf dem Server installieren. Unser Plugin kann offline verwendet werden, da für die Lizenzprüfung keine Internetverbindung erforderlich ist. Unser Plugin hat eine zentrale Funktion, die auch als Skript-Schritt verfügbar ist. Stellen Sie sich vor, wie der Berechnungsdialog aussehen würde, wenn wir dort 6000 Funktionen hinzufügen würden. Deswegen haben wir uns für eine einzelne Funktion entschieden. Der erste Parameter für diese Funktion ist der eigentliche Funktionsname. Dieser kann aus einer Berechnung oder einem Feld stammen. Bitte prüfen Sie auf Fehler, da jede Funktion fehlschlagen kann. Wir halten den Fehlerstatus fest und Sie können diesen mit der Funktion IsError abfragen. In den Ergebnissen können Sie dann nach dem MBS-Präfix suchen. Wir verwenden oft Referenznummern auf den Speicher als Parameter. Wenn Sie zum Beispiel ein JSON parsen, erhalten Sie eine Zahl zurück. Diese Nummer wird dann an die Format-Funktion übergeben, um auf das JSON-Objekt zu verweisen. Wenn Sie die Referenz nicht mehr brauchen, geben Sie diese frei, um die allokierte Speicherstelle zu leeren. Mit der Dynapdf-Bibliothek können wir mit PDF-Dateien arbeiten. Dazu gehört die Bearbeitung von Seiten, wie das Hinzufügen von Seitenzahlen oder Bildern, Zusammenführen und Teilen von Dokumenten, Extrahieren von Texten und Bildern, Verschlüsselung und Optimierung für eine geringere Speichergröße. Wir haben einige neue Tricks für das Rendering unter Windows hinzugefügt. Dazu gehören alternative Schriftlisten, um fehlende Zeichen zu ersetzen. Wir haben die Unterstützung für PDF-A 2U und 3U sowie PDF-X5 und 6 hinzugefügt, da sich der PDF-Standard immer weiterentwickelt und wir für Sie den neuesten Standard bereithalten möchten. Wir unterstützen Zugfair 2.2 für Deutschland und Faktor X für Frankreich. Sie können das Rendering-Intent für ein Bild festlegen, damit es im Druck so angezeigt wird, wie Sie es möchten. Wir haben die Konvertierung von einem Text mit FileMaker-Stilen zu einem Text in Dynapdf um die Behandlung von doppelten Unterstreichungen erweitert. Die Optimierungsfunktion kann nun auch etwas Neues. Texte werden in Umrisse konvertiert, so dass Leser Text nicht mehr einfach kopieren können, wenn sie das nicht wünschen. SQL Wir haben sowohl SQL-Funktionen für die Arbeit innerhalb von FileMaker als auch SQL-Funktionen für die Arbeit mit anderen Datenbanken. Wenn ein Kunde von Ihnen einen dieser Datenbank-Server nutzt, können Sie sich per Skript mit diesem Server verbinden und Datensätze von einer auf die andere Seite verschieben. Dies schließt MySQL, Microsoft SQL Server und Postgres SQL ein. Das ist eine Alternative zu ESS. Sie arbeiten dann mit den nativen Treibern unter Verwendung von ODBC. Wir haben außerdem die Verschlüsselung für MySQL und MariaDB verbessert, so dass Sie dort SSL verwenden können. Auch die Behandlung von Dezimalzahlen wurde verbessert, so dass keine Rundungsfehler mehr auftreten, da die Dezimalzahlen so behandelt werden, wie sie vorliegen. Sie können unsere SQL-Funktion verwenden, um regelmäßig Datensätze von oder zu einem SQL-Hörer zu verschieben. So können Sie zum Beispiel neue Bestellungen aus einer MySQL-Datenbank abfragen, in der Ihr Webshop läuft. Das Vision Framework Vielleicht kennen Sie die hohle Live-Text-Funktion aus der letzten FileMaker-Version. Wir stellen bereits seit Jahren eine solche Funktion bereit. Diese wurde nun um die Unterstützung von PDF-Dokumenten erweitert. Ob Sie nun ein Bild oder ein PDF-Dokument haben, wir können Ihnen den Text unter macOS und iOS zurückgeben. Word Wir haben Funktionen zum Lesen, Ändern und Schreiben von Microsoft Word-Dokumenten. Zum Beispiel können Sie Word-Dateien auslesen, indem Sie eine Vorlage laden, Tags durch Werte ersetzen und in einem neuen Word-Dokument speichern. Wir haben die Funktion WordFileContains hinzugefügt, um zu prüfen, ob ein Text im Dokument vorhanden ist und die Funktion WordFileSubstitute, um ihn zu ersetzen. Sie können die zu ersetzenden Tags mit der Funktion WordFileTags auflisten. Außerdem können Sie den Text auch in einem Container statt in einer Datei speichern. OCR Wir verwenden seit Jahren Tesseract 3 in unserem Plugin, um Texte zu erkennen. Dabei handelt es sich um eine kommerzielle OCR-Software, die später als Open Source zur Verfügung gestellt wurde. Verwenden Sie die Load-Funktion, um die Bibliothek von Tesseract 4 und Tesseract 5 oder neuer zu laden. Diese sind noch ein Stück besser als Tesseract 3. Das funktioniert auch auf Server-Skripten, die mehrere OCR-Operationen auf verschiedenen CPU-Kernen mit Performance-Skript und Server durchführen. Barcodes Wir unterstützen die Generierung von über 80 Arten von Barcodes. Sie können diese Barcodes entweder als Bild erhalten oder sie direkt in einem PDF-Dokument zeichnen. Wir können Barcodes auf drei verschiedenen Wegen erkennen. Das ältere Barcode-Detect-Mixing Das neuere Barcode-Scan mit der Z-Bar-Bibliothek Und wir haben für macOS und iOS das Vision-Framework, um Barcodes mit Apple-eigenen Bibliotheken zu erkennen. Dazu nutzen wir die Vision-Detect-Barcode-Funktion. Hier sehen Sie die Barcode-Typen, die Z-Bar unterstützt. Curl Wie Sie vielleicht wissen, verwenden wir die Curl-Bibliothek häufig für HTTP und FTP-Up-and-Downloads. Wir können E-Mails senden und empfangen und wir haben ein schönes E-Map-E-Mail-Beispiel, um E-Mails mit Anhängen herunterzuladen und anzuzeigen. Schauen Sie sich das gerne einmal in unseren Beispielen an. Sie können E-Mails über unser Plugin senden, einschließlich HTML mit Inline-Grafiken und mehreren Anhängen. Wir haben eine Curl-Options-Funktion hinzugefügt, die Ihnen ein JSON mit allen von Ihnen eingestellten Optionen liefert, was für die Fehlersuche sehr hilfreich sein kann. Für SFTP mit SSH verarbeiten wir jetzt SSH 256-Bit-Hashes. Webhooks Innerhalb unseres Plugins können wir einen kleinen Web-Server betreiben und Web-Anfragen empfangen, zum Beispiel über einen eingehenden Anruf für Ihr Telefonsystem informiert zu werden. Wir haben diese Funktionalität letztes Jahr verbessert und haben eine neue Status-Funktion entwickelt, um zu prüfen, inwieweit eine Anfrage verarbeitet ist. Dann haben wir Funktionen zur Abfrage der Größe der Anfragen und Sie können die Größe von Anfragen begrenzen, um Speicherbeschränkungen zu vermeiden. Benutzerdefinierte Funktionen in JavaScript Wir können eigene Funktionen im Plugin sowohl als FileMaker-Berechnung als auch als JavaScript-Code definieren. Für JavaScript können Sie entweder das plattformübergreifende JavaScript.js mit Duct Tape verwenden oder für macOS und iOS können Sie die WebKit JavaScript Engine verwenden. Verwenden Sie JavaScript zur Verbesserung der Performance mit regulären Ausdrücken, JSON-Verarbeitung, Array-Funktionen. Sehen Sie sich auch gerne die FM-CF-Funktion für eigene FileMaker-Funktionen und JS-CF und JavaScript-CF für eigene JavaScript-Funktionen an. Dialoge Wir haben viele Funktionen für die Anzeige von benutzerdefinierten Dialogen. Und wir haben eine Option zum Ändern der Textausrichtung, wenn Sie nicht möchten, dass der Text unter macOS zentriert ist. Windows-Foto-Import Seit Jahren haben wir für macOS mit Image Capture Funktionen zum Importieren von Bildern, die mit einer Digitalkamera aufgenommen wurden. Vor kurzem haben wir eine ähnliche Funktion für Windows eingefügt. Die Systemdialoge sehen Sie hier. Debugging Wenn Sie Ihr Skript debuggen möchten, können Sie die Trace-Funktion eine Protokolldatei schreiben lassen. Im Protokoll sehen Sie die Parameter für die Aufrufe, sodass Sie genau sehen können, welcher Wert für welchen Parameter übergeben wurde. Bei Bedarf können Sie die Trace-Protokollierung unterbrechen oder fortsetzen. Mit isError können Sie prüfen, ob die Funktion einen Fehler zurückgegeben hat. Dieser Wert wird pro Skript geschrieben, sodass er auch auf Servern mit mehreren parallelen Skripts funktioniert. Um Fehler in großen Skripten besser abzufangen, können Sie die Funktion clearError am Anfang des Skripts verwenden. Führen Sie dann mehrere MBS-Aufrufe durch, zum Beispiel um ein PDF mit hunderten von Dynapdf-Funktionsaufrufen zu erstellen. Am Ende verwenden Sie dann die HeadErrors-Funktion, um zu sehen, ob einer der Aufrufe fehlgeschlagen ist. Dann fragen Sie die Funktion ErrorLog ab, um ein JSON mit Details über aufgetretene Fehler zu erhalten. Da wir die Metadaten im Plugin haben, können Sie auch Parameter, die zu einer bestimmten Funktion gehören, abfragen. Und unter welcher Plattform diese Funktionen funktionieren. MongoDB Seit Claris angekündigt hat, MongoDB für Claris Studio zu verwenden, haben sich viele Leute für diese Datenbanktechnologie interessiert. Vielleicht haben Sie Kunden, die mit MongoDB arbeiten. Dann können Sie unsere Funktion verwenden, um sich direkt und nativ mit einer Mongo-Datenbank zu verbinden. Wählen Sie eine Datenbank auf dem Server aus und wählen Sie dann eine Collection. In MongoDB ist das in etwa die Entsprechung für eine Tabelle. Sie können Datensätze hinzufügen, aktualisieren oder löschen. Und wir haben Funktionen, um mehrere Datensätze mit einem einzigen Aufruf einzufügen. Sie können Dokumente suchen, um Daten abzufragen. Und benutzerdefinierte Befehle wie Ping ausführen. Sie können unsere MongoDB-Funktion auf allen Plattformen verwenden, einschließlich Linux und iOS-Anwendungen. Wir haben kürzlich Funktionen für Transaktionen hinzugefügt, sodass Sie mehrere Operationen durchführen und dann entscheiden können, ob alle Änderungen übernommen oder die Änderungen verworfen werden sollen. Das FileMaker iOS SDK Sie können das MBS FileMaker Plugin auf iOS verwenden, wenn Sie eine eigene iOS-App erstellen und das Plugin darin einbetten. Wir haben die Unterstützung des iOS-Simulators auf dem Apple Silicon hinzugefügt. Wir aktualisieren das Dynapdf-Framework für iOS regelmäßig. So können Sie unsere Dynapdf-Funktion in Ihrer iOS-App verwenden können. Unsere Sharing-Panel-Funktionen ermöglichen es Ihnen, mehrere Elemente zu teilen. So können Sie zum Beispiel mehrere Dateien direkt an Airdrop übergeben oder einen Text, eine Betreffzeile und eine Datei an die E-Mail-Anwendung weitergeben. Die Fotopicker-Funktion zeigt einen Dialog zum Auswählen von Fotos an, ohne den Benutzer nach einer Berechtigung zu fragen. Der Benutzer wählt die Bilder aus, die er für die Anwendung freigeben möchte und ihre Anwendung erhält diese Dateien. Der neue Dialog verwaltet Bilder in der iCloud und lädt sie bei Bedarf herunter. Außerdem haben wir den Document Picker, mit dem wir Dateien über einen Dialog speichern und laden können. Dialoge unter iOS ändern. Das hatten wir schon länger für macOS, aber seit kurzem gibt es es auch für iOS. Sie können den Text verschiedener Dialoge von FileMaker mit Ihrem Skript ändern und Sie können so die Benutzerführung verbessern. Fortschrittsanzeige für iOS Wir haben bereits einige Zeit, Funktionen um einen Dialog anzuzeigen, der uns über den Fortschritt eines Prozesses informiert. Für die Plattform Mac und Windows. Nun unterstützen wir auch Fortschrittsdialoge unter iOS. Sie können also in Ihrer iOS-Applikation solche hübschen runden Fortschrittsdialoge anzeigen. Optional können Sie diese rechteckig anzeigen. Aber wir haben noch ein bisschen mehr. Unsere Audit-Funktionen können jetzt Zeit- und Datumswerte als Zahlen speichern, um Probleme mit Benutzern zu vermeiden, die unterschiedlich gebietsschemate Einstellungen haben. Auf diese Weise vermeiden wir, dass Änderungen protokolliert werden, weil ein FileMaker bei einem Nutzer ein Datum im OS-Format und bei einem anderen im deutschen Format anzeigt. Für zwei Faktor-Authentifizierungs-Loggings via Skript haben wir eine TOTP-Calculate-Funktion zur Berechnung von zeitbasierten Einmalpasswörtern im Plugin. Ihr Skript kann nun die Anmeldedaten verwenden und wenn der Code angefordert wird, können Sie unsere Plugin-Funktion verwenden, um den Wert zu berechnen, anstatt manuell eine iPhone-App zu verwenden, um den Code nachzuschlagen. Für die vom Plugin verwendeten globalen Variablen gibt es jetzt eine Look-Up-Funktion, mit der Sie feststellen können, was zurückgegeben werden soll, wenn die Variable nicht definiert ist. Dies kann Ihre Skripte ein wenig vereinfachen, wenn Sie globale Variablen verwenden, die gut über verschiedenen Datenbankdateien hinweg funktionieren. Mit unseren Matrix-Funktionen haben wir eine großartige Möglichkeit, ein zweidimensionales Array mit Werten im Speicher zu speichern. Sie können Datensätze in eine Matrix oder einen CSV-Text laden. Dann können Sie mit der Matrix arbeiten und diese Informationen später als CSV ausgeben oder als Datensätze in die Datenbank einfügen. Kürzlich haben wir eine neue Rotationsfunktion hinzugefügt, um die Ausrichtung der Matrix zu ändern. Mit der Funktion Matrix-Convert-Data-Type können Sie bei Bedarf die Datentypen ändern. Wie Sie vielleicht wissen, erweitern wir die FileMaker-Benutzeroberfläche um eine Menge netter Dinge für Entwickler. Kürzlich haben wir Tastenkombinationen für den Berechnungsdialog eingefügt, mit denen Sie den Text nach links und rechts verschieben können, so dass Sie Ihre LED-Anweisungen übersichtlich formatieren können. Mit der Funktion Syntax-Coloring, Colorize-Skript, können Sie bei Bedarf unsere Einfärberegeln auf einen Skript-Text anwenden. Code-Folding Letztes Jahr haben wir das Plugin um Code-Folding erweitert, was beim Debuggen und Lesen von Skripten hilfreich sein kann. Bitte beachten Sie, dass wir nur die Ansicht des Skriptes ändern. Wenn Sie das Skript speichern oder laden, werden alle Zahlen wieder angezeigt. Links in Kommentaren Das MBS-Plugin erkennt Links in Kommentaren des Skripts und zeigt ein kleines Widget auf der rechten Seite an, um den Link zu öffnen. So können Sie direkt aus dem Skript auf Wiki-Seiten, Dokumentationen oder FMP-URLs verlinken. Sortieren von Layouts und Skripten Verwenden Sie das Kontextmenü, um Ihre Skripte und Layouts nach Namen zu sortieren. Hole-Funktion Für die Hole-Funktion in FileMaker können wir direkt auf die Dokumentation verweisen, um die Details zu der Funktion zu erhalten. Das funktioniert für mehrere Sprachen. Wir haben Schaltflächen im Berechnungsdialog, um Tabellenpräfixe in Ihren Berechnungen ein- und auszublenden. Und Sie können unsere Schaltflächen verwenden, um die Berechnung zu prüfen oder auszuwerten. Some Jahre Also, ich nämlich an die Berechnung auf der Seite Midd歳-Van die dritte Seite mit Neumann aner manifested in einer Realitätesgruppe. Automatische Vervollständigung von Variablen-Namen Wir haben eine Funktion zur automatischen Vervollständigung von Variablen-Namen hinzugefügt. Das Plugin durchsucht das Skript, um alle Variablen-Namen oberhalb der aktuellen Zeile zu finden und merkt sich globale Variablen über mehrere Skripte hinweg. Sie können über Kommentarzeilen das System mit Variablen-Namen füttern, um Variablen zu deklarieren, die nicht direkt im Skript definiert sind. MBS-Auto-Vervollständigung Während wir die Auto-Vervollständigung für Variablen hinzugefügt haben, haben wir direkt mit MBS-Funktionsnamen weitergemacht. Dazu gehört auch die Anzeige der für die Funktion erforderlichen Parameter. Wertelisten-IDs Wir zeigen die ID-Werte für verschiedene Tabellen in FileMaker einschließlich Layouts, Tabellen, Felder und Wertelisten an. In Beziehungsdiagramm suchen Wir haben das bereits jahrelang unter macOS, aber jetzt haben wir es endlich auch für Windows. Wir können einige Zeichen in dieses Suchfeld eingeben, die Eingabetaste drücken und so ein passendes Tabellenvorkommen finden. Wir haben eine Webseite mit einer Menge Informationen über unser Plugin. Die Dokumentation finden Sie auch auf dieser Webseite. Hier finden Sie auch einen Blog mit Neuigkeiten, Tipps und Tricks und Veranstaltungshinweisen. Eine Videoseite mit all den Videos, die wir im Laufe der Zeit gesammelt haben. Und Sie können auf der Webseite sich für einen Newsletter oder eine Testlizenz anmelden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald!